Jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt muss ich mal wirklich überlegen. Ja, wir spielen jetzt mal ein Spiel. Sie interviewen mich. Achso, das ist ein Spiel. Können Sie das? Ja. Und Sie müssen mir eine Frage stellen und sagen, die erste Frage ist, was machen Sie beruflich? Okay? Und die zweite Frage ist, wo liegt Ihr größtes Problem? Ja? Das mache ich jetzt. Okay, also, erste Frage. Was machen Sie beruflich? Ich bin Schauspieler. Und wo? Timing. Das ist alles. Der gespielte Witz. Susanne Klauschbauser und Peter Lippert, der Bergdoktor. Sind heute in welcher Sendung? Sind heute in welcher Sendung? Jetzt ist der Kameran endgültig eingeschlafen.